Hallo Community, da mich nun immer mehr Einsendungen wie solche erreicht haben Ja, als ich letztens ein Auto stehlen wollte, hat mich ein Passant von Schrecklingshinden so dermaßen angehustet, dass ich weggehen musste. Dachte ich mir, ich drehe ein Video über das Thema Sicherheit im Haushalt. Die meisten unserer Unfälle passieren im Haushalt. Manchmal kann es passieren, dass dieser Lappen hier zu Boden fällt und man auf ihm ausrutscht. Mit etwas Klebeband, dann verhindert man, dass man ausrutscht. Einen Krankenwagen zu rufen wegen so etwas, da wäre es ja vielleicht besser sogar ein Taxi zu rufen, weil der Krankenwagen gar keinen Platz hat. Und dann nutzt man bestimmt natürlich eine der Taxi-Apps, die es jetzt neu gibt. Und da ist ja, das ist so blöd mit diesen Taxi-Apps. Da hast du, wird dir GPS angezeigt vom Taxifahrer, wenn er kommt und dich zu holen. Und der sieht aber nicht, wo du bist. Wenn ich jetzt hier stehe und dann die Straßenseite wechsle, weil es schlauer ist, dann weiß der das gar nicht, sieht mich nicht. Und da ist letztens einer echt an mir vorbeigefahren und dann ist er um den Block gefahren. Und dann stehst du mit deinem Handy, du kannst ihn ja sehen, wie er sich beobachtet und dann siehst du, wie der um den Block fährt. Ich habe echt keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Ich habe mit deinem Handy, du kannst ihn ja eh ich immer wiederladen, weil du ein Sieg hast und das nicht, dass du nicht. Nöger ist ja auch immer wieder. Ich habe mich noch nicht mehr überlegter, wenn du nicht mehr so ein bisschen mehr auf der Brust für den Liedern. Oder wir treten es ja noch mehr so einen Aufmerksam-Aberfluss, Und dann wäre das Wasser, woher weiß ich, was du sicherer? Dann wäre die zweite System, was ich sehr viel.